Mit 178 Kilo auf der Waage trotzdem selbstbewusst durchs Leben gehen? Kein Problem für Faisal Kawusi, der seinen Fans immer wieder zeigt, was es heißt zu sich und seinem Körper zu stehen. Dass der Let's Dance Star trotzdem etwas an seiner Figur verändern möchte, das hat er bereits in früheren Posts mit seiner Fangemeinde geteilt. Dabei geht es ihm, wie er klar macht, nicht um die vorherrschende Meinung der Gesellschaft, sondern um seine Gesundheit. Du hast zwei Leben und das zweite beginnt, sobald du realisierst, dass du nur eins hast. Ich war gesund und hatte keine Beschwerden, aber ich wollte es auch nicht so weit kommen lassen. Gesagt, getan. Seit dem 6. Januar 2021 hat Faisal sagenhafte 21 Kilo abgenommen, wie er in seiner Zwischenstandsmeldung mitteilt. Das geht doch gar nicht, denkt er jetzt. Pustekuchen. Der 30-Jährige verrät sogar seine Taktik. Ich sehe ganz oft Leute, die von einem Tag auf den anderen ihr komplettes Leben umkrempeln und sowohl mit Sport anfangen als auch die Ernährung umstellen. Ich habe das anders gemacht. Am Anfang habe ich einfach Sport gemacht, einfach nur das, sonst ist die Ernährung gleich geblieben. So hat es der gebürtige Hesse geschafft, dass Sport ein wichtiger Bestandteil seines Lebens geworden ist. Mittlerweile ernährt er sich auch gesünder, sieht aber im Sport den wichtigsten Part für seine Veränderung und sagt, wenn ich es kann, könnt ihr das auch.